Du willst einen Newsletter mit deinem Outlook versenden und möglicherweise suchst du gerade ein Tutorial, dann bist du hier genau richtig. Denn das, was ich dir hier erklären werde, ist, warum du auf gar keinen Fall deine Newsletter mit Outlook versenden solltest. Ganz im Ernst, wenn du einen Nagel hast, dann brauchst du einen Hammer und keine Zange. Genauso sinnlos ist es auch, einen Newsletter mit deinem Outlook zu versenden. Es gibt dutzende Gründe, warum du unbedingt Outlook nicht benutzen solltest, um eine Newsletter zu versenden. Und wenigstens die fünf wichtigsten davon möchte ich dir jetzt direkt in diesem Video erklären. Starten wir mit Grund Nummer eins, die Zustellrate. Wenn du mit Outlook eine Newsletter versendest, dann hast du eine brutal schlechte Zustellrate. Du kannst eh schon mal nur maximal 100 E-Mails pro Tag versenden. Alles, was drüber ist, wird sehr lange dauern und du wirst große Probleme mit deinem SMTP-Server bekommen, weil Outlook einfach kein Newsletter-Tool ist. Wenn hier ein User dich als Spam markiert, was übrigens immer mal passieren kann, dann gefährdest du deine IP-Adresse von deiner E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn du danach eine ganz normale E-Mail an einen Geschäftskunden sendest, kann es sein, dass du dort im Spam landest oder nicht mal zugestellt wirst. Dieses Risiko kannst du eigentlich nicht eingehen. Deswegen, wenn du eine Newsletter versenden würdest, dann nimm dafür ein professionelles E-Mail-Marketing-Tool. Denn es gibt nicht umsonst professionelle Newsletter-Tools und Tools, die deinen privaten oder deinen geschäftlichen E-Mail-Verkehr regeln, wie zum Beispiel Outlook. Ebenfalls, wenn du mit Outlook eine Newsletter versendest, ist das Ganze nicht DSGVO-konform. Das heißt, im schlimmsten Fall riskierst du eine Abmahnung, die dich Hunderte, Tausende, im schlimmsten Fall sogar Zehntausende Euro kostet, nur weil du zu geizig bist, ein E-Mail-Marketing-Tool zu buchen. Das Ganze ist mittlerweile so einfach geworden, ein Tool zu buchen. Wenn du wissen willst, welche Tools eignen sich dafür, auf was muss ich eigentlich bei der Auswahl achten, verlinke ich dir gerne hier nochmal das Video, wo ich erkläre, woran erkennst du ein gutes Newsletter-Marketing-Tool. Ebenfalls hast du diese ganzen Datenschutz-Themen nicht in deinem Newsletter. Das heißt, du hast keinen Abmelde-Link, du hast keinen E-Mail-Korrektur-Link, du hast keinen Datenberichtigungs-Link, keinen Datenauskunfts-Link. Das alles sind Dinge, die du laut DSGVO in deinem Newsletter drin haben musst, mit Outlook aber gar nicht darstellen kannst. Allein aus diesem Grund solltest du unbedingt vermeiden, mit Outlook eine Newsletter zu versenden. Ebenfalls gibt es wohl kaum etwas geschäftsschädigeren Riss als die Außenwirkung, wenn du eine Newsletter versendest und oben bist du als Versender und als Empfänger eingetragen. Oder im besten Fall noch alle anderen im CC und zwar sichtbar. Also wirklich, das ist das Schlechteste, was du machen kannst, weil alle werden dich sofort als Anfänger entlarven und niemand wird dich im Business mehr wirklich ernst nehmen können. E-Mails, die so geschrieben sind, zeugen einfach davon, dass du dich mit der Materie nicht beschäftigt hast und nicht auskennst. Stell dir vor, du würdest einen Handwerker sehen, wie er gerade dein Dach saniert und oben mit einem Schraubenschlüssel versucht, einen Nagel zu schlagen. Du würdest wirklich ernsthaft an der Kompetenz von diesem Handwerker zweifeln und genau das ist das, was du erzeugst, wenn du mit Outlook eine Newsletter versendest. Und last but not least, wenn du mit Outlook eine Newsletter versendest, kannst du nichts messen. Du kannst keine Öffnungsrate messen, du kannst keine Zustellrate messen, du kannst keine Klicks messen und läufst damit immer im Dunkeln. Denn professionelles E-Mail-Marketing geht anders und es geht auch sehr einfach anders. Und wenn du jetzt nach Anleitungen suchst, wie man professionell eine Newsletter aufsetzt, gebe ich dir gerne die Abkürzung. Komm einfach in unsere kostenfreie Newsletter-Marketing-Masterclass. Hier erkläre ich von Grund auf alles, was du wissen musst, um eine Newsletter zu schreiben, der wirklich verkauft. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dich wachrütteln und du hast jetzt eine neue Erkenntnis und suchst nicht nach weiteren Tutorials, wie du mit Outlook eine Newsletter schreiben kannst. Wenn dem so ist, lass mir gerne ein Abo da oder ein Gefällt mir. Und wenn du weitere Fragen hast, schreib die gerne in die Kommentare, ich werde direkt darauf antworten.